Mehr! Es muss noch mehr geben! Joa Matz! Das darf auch keiner hören, dass darf keiner überraschen. Vorrasten, da 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 da! Als Auflehrer in der Wohnungssheit! Da! Riech! Riech! Böbö! 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 Was war das denn? Wachst, meine Kinder! Wachst! Der guckt direkt, guck dir den Ruck, der spielt nicht mit Grip, Alter. Komm, komm! Ja, ja, ja. Bam! Okay, bam, bam! Hast du das gesehen? Ein paar Experimente. Experimente! Drauf, drauf, drauf! Kaputt fressen! Fress, meine Linke, fress! Bäm, bäm, nee, du! Erfroren, du Quaren! Jetzt kommt die richtige Invasion. Ja, aber schon. Ein Mann, ne? Schon. 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 Ist ja noch hell draußen, ne? Ist zu früh eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ja, lang ist es her. Wir haben eine kleine Pause gehabt. Eine Woche. Eine Woche? Ja, eine ganz kurze Pause. Aber an dieser Stelle möchte ich noch jemanden grüßen. Jemanden grüßen. Und zwar den guten Herrn, der meine PCs wieder fresh gemacht hat. Oh! Den ich aber nicht namentlich erwähnen möchte. So. Aber derjenige darf sich ja jetzt angesprochen fühlen. Mh. 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 Ja, gut. Ich hab übrigens gerade geduscht. Er auch. Mit mir zusammen. Was hast du heute so gegessen? Sch***** gut gefrühstückt, ja? Du bist zur Arbeit gegangen und wieder nach Hause. Warte mal. Ich muss noch Aufnahme drücken jetzt. Jetzt läuft es. Hä? Hast du sogar als Ausbildung gemacht? Sch*****. Über deine Kindheit so. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Toll. Was keinen interessiert. Komm los geht's. Wobei nicht so viel. Ich hab mal Bock auf, äh, äh, auf Schlauch. Also ausm Schlauch saufen. Ja. Folge 22. Ob das ein Versprechen ist? Hahahaha. Oder Drohung. Hahahaha. Oder beides. Oder beides. Ja, was ist eigentlich immer jetzt verlieren? Ja, dann, äh, ist das so. Nein, mein Ernst, schade. Es war ja jetzt noch mal Pause. Wir haben ja vorgedreht sozusagen. Und, äh, Tja, dann hab ich jetzt für ein Betriebsgeheimnis gelüftet, ne? Ja. Aber ist ja auch egal. Aber jetzt sind wir ja live, theoretisch. Jetzt sind wir wieder live und, äh, nach so langer Zeit hat man schon Angst dann doch zu verlieren. Ja. Also... Wir sind schon extrem raus. Puh. Puh. Zufall. Terra Adolph. Was? Ja. Was? Ist das denn gestattet? Weiß keiner, ne? Würdest du deine Tochter Adolphine nennen? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Find ich nicht so hübsch. Ich auch nicht. Was denn? Was geht denn ab? Das scheint jetzt Tradition zu werden, ne? Ey, das war vor... Wann war das? Vor drei... Ja, bei der letzten Folge. Ja, richtig. Da war das genauso. Was soll das denn jetzt? Ja, vielleicht kommen wir dann bald nach Gold. Wuh! Das war Folge 12. Das tut uns doch leid. Also... Ne? Also... Ihr habt es ja selber gesehen. Bronze! Bronze! Was? Ey. Ey. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir haben doch fast nur gewonnen. Und jetzt auch. Und wir haben Bronze, oder was? Ja. Ja. Ja, geil. Äh. Bronze Intro, kommt weg. F***. Finde ich genau aus. Ja. Warlos ist weg. Das war Folge 12. Ey. Ich kotze nicht strahlen. Ey. Be***erung, oder? Was soll denn? Be***erung, oder? Ey. Be***erung, oder? Ey. Wir haben jetzt... Zwölf Spiele gemacht. Und davon zwei verloren. Ja. Und sind Bronze, oder was? Ja. Und sind Bronze, oder was? Ja. Okay. Vor allem Placement Match gewonnen, und Bronze. Ich check's nicht. Ich auch nicht. Keiner check's. Okay, von vorne. Never ending story. Okay. From Bronze, to Silver, to Bronze, to Master. Heißt das jetzt. Ich wette, wenn wir jetzt zwei, drei Spiele gewinnen, sind wir wieder Silber. Ja und dann? Wir haben wieder Bronze, oder was? Nächstes Placement Bronze. Tschö. Nur eine Folge pro Woche. Werdet nicht zu gierig. Gierig. Tschö. Fchi. T heats J ocht. Und du kannst noch alles 패�geräufen. Dennoch hast duatu. innen habe ich aufsch Irene, dich kurz absCONDieren. Ja, escape rasiert klappt. View innen Center. Und よ, ich papier. Ja, wir haben die Browler, wieder das Ganze kam. Ihr seid jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020